In der 13. Minute der 13. Stunde startete die 13. Apollo-Mission. Eine Mission mit Millionen von Risiken. Unsere nächste Live-Schaltung kommt dann direkt vom Mond. Am 13. April ging etwas schief. Äh, Houston, wir haben ein Problem. Spannungsabfall im Hauptsystem. Houston, unser Raumschiff verliert irgendetwas. Ist wahrscheinlich ein Gas oder eine Flüssigkeit. Hier ist Houston, wiederholen Sie das bitte. Es muss der Sauerstoff sein. Siehst du auch, was ich sehe? Die Pulsfrequenz steigt extrem schnell ab. Wir haben einen 4.01-Alarm. Das darf doch nicht wahr sein. Wann die Kiste spielt... Der Druck im zweiten Sauerstofftank fällt weiter. Die, äh, die Verbindung fällt immer wieder aus. Unmöglich, das muss an den Instrumenten liegen. Wir stehen extrem unter Zeitraum. Ein Tank ist explodiert und der zweite Weg ist schlagt. Herr Thornton, das reicht noch maximal 15 Minuten. Verdammt, wir verlieren das. Wir haben noch nie einen Amerikaner im Weltall verloren. Solange ich hier verantwortlich bin, bleibt keiner da oben. Das ist schlagt noch nicht. Wir haben noch nie einen Ausgaben. Wir haben noch nie einen Ferien. Wir haben noch nie einen Ausgabe. Wir haben noch nie einen Ausgabe. Aber was wird er drastend, ist das schon mal in den Stellen. Wir maskieren. Wir brauchen noch die Beziehung. Die Beziehung ist die Augen zu übernehmen.